Servus Leute, hier ist wieder von Boompower und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo. Ich will euch gar nicht allzu lange aufhalten, ich möchte euch einfach mal nur ein bisschen ins Bilde setzen, was jetzt eigentlich diese Woche kurzum war und was nächste Woche ist und ein kleiner Zukunftsausblick. So, Punkt 1, Vergangenheit. Am Mittwoch ist ja Empire Total War, die siebte Staffel, jetzt geendet und eigentlich könnte man erwarten, dass ich sofort was in petto hätte und was ich danach sofort weitermache. Erst sage ich so, ja, kein Empire, dann habe ich keine Idee, warum. Ist nicht unbedingt der geilste Einfall von mir, aber meine Güte, okay, geschenkt. Was mich halt genau zu diesen drei Punkten bringt, warum es nicht kam. Punkt Nummer 1, keine Idee. Punkt Nummer 2, keine Zeit. Punkt Nummer 3, kein Bock. Zum ersten Punkt habe ich ja gerade gesagt, so keine Idee. Keine Idee stimmt halt nicht. Also da muss ich schon wieder mal sagen, so stimmt nicht so ganz. Da muss man jetzt dazu sagen, Ideen habe ich. Sowas wie Surviving Mars oder neue Staffel City Skylines oder aber was genauso geht ist Train Valley. Train Valley habe ich gesehen, hat so ein paar kleine DLCs, dass da neue Strecken und so weiter sind und so weiter und so fort. Ganz nettes Ding so zum Überbrücken, warum eigentlich nicht. Okay, aber keins dieser Projekte hat gesagt so, BAM, spiel mich. Das hat so ein bisschen gefehlt. Deswegen keine Idee. Keine Zeit stimmt halt auch so halb nur. Also weil ich jetzt die letzten zwei Tage mal unterwegs war und dementsprechend recht wenig machen konnte, sage ich gleich, keine Zeit. Stimmt halt nicht. Es nimmt halt Hand in Hand so mit kein Bock. Und das war halt so der größte Punkt. Ihr müsst wissen, ich spiele jetzt seit Mitte Dezember letzten Jahres. Also das ist gar nicht allzu lange her. Mitte Dezember, kann man schon durchaus sagen. Da sieht es so aus, dass ich ein Spiel namens Elder Scrolls Online spiele. Ja, ich suchte es. Ich glaube, spielen kann man es gar nicht mal mehr nennen. Ich habe ja jetzt sehr viel Zeit in der Zwischenzeit gehabt. Also es war eine Prüfungsphase dazwischen. Dementsprechend ist er so einen Monat weg. Aber es war Weihnachten, es waren Semesterferien, es waren sehr viele Feiertage generell dazwischen. Und da habe ich halt inzwischen jetzt auch schon 300 Spielstunden oder vielleicht sogar schon knapp 400 Spielstunden angesammelt. Ihr könnt ja mal die Tage so Pi mal Daumen ausrechnen und dann mal überschlagen, so wie viel ich dann täglich gespielt habe. An manchen Tagen nix. An manchen Tagen halt dafür bis zu 8 Stunden oder so. Also baut jetzt gerade wieder ab ein bisschen, weil ich halt unterwegs bin und so. Aber keine Zeit, kein Bock. So nimmt Hand in Hand. Ihr merkt schon. Und ein Video so über Elder Scrolls Online zu machen, ist halt auch irgendwie ein bisschen blöd, weil out of context irgendwo auf einmal ein Charakter mit Champion Level 200 schießt mich tot zu haben. Okay. Wird keinen Sinn da geben. Ihr merkt schon. Ich muss immer noch üben, da reinzugucken. Da ist die Kamera. So. Und das war die Vergangenheit. Jetzt kommt Punkt nächste Woche. Nächste Woche kann ich sogar relativ kurz und knapp behalten. Und zwar gibt es keine Videos. Nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern weil ich keine Zeit habe. Und ich habe immer noch nicht die Idee, die es schreit. Hier! Ne, ich bin außer Landes. Also ich bin in Dublin. Jetzt von Montag bis Freitag auf Studienfahrt. Besuche ein paar IT-Firmen, machen halt ein bisschen Spaß und so weiter, wie man es halt kennt auf den Studienfahrten. Und dementsprechend bin ich nicht da. Samstag, kaum bin ich in der Lande, schon bin ich wieder, wupp, auf geht's, unterwegs mit ein paar Freunden. Und dann hoffe ich halt, dass ich bis Sonntag die zündende Idee habe und sage so, okay, Sonntag gucke ich mich jetzt hin, mache ein bisschen Entspannung, nehme halt ein bisschen auf und dann ist gut und zack, gebe ihm für die dann darauf folgende Woche. Hoffe mal, das klappt soweit. Und noch ein ganz kurzer Einblick, weil ich nicht über fünf Minuten will. Ich will euch nicht zu lange nerven. Vor allem nicht mit sowas Unnötigen. Und zwar, es wird dieses Jahr auf jeden Fall auf meinem Kanal noch ein Let's Play von Anno 1800 und dem neuesten Tropico teilgeben. Ich weiß jetzt gar nicht mal, was es ist. Fünf oder sechs. Die beiden Spiele haben mich richtig gecatcht und strategietechnisch passen sie auch sehr gut rein und die werden auf jeden Fall auf diesem Kanal noch dieses Jahr kommen. Bis dahin, weil die kommen beide so um ihrer Herbst aus, muss es halt noch andere Projekte geben. Aber was heißt muss, kann. So, ich verabschiede mich schnell. Ich bedanke mich vielmals für eure Zeit, für eure fünf Minuten und schöne Woche noch. Ciao.